Hi Leute, ich bin heute mal wieder die Aline und zwar in diesem Outfit hier, ja und jetzt würde ich mal sagen, gucken wir mal was die Jungs machen. Was ist denn? Ja, okay jetzt laufen wir gerade mal hier lang. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder am nächsten Mal. Tschüss!